in welchen scheint weiter haben wir gleich hier haben wir schon mal was mal gucken bin ich jetzt ich habe gerade das ist sehr cool wir verlieren keine pixel mehr wenn wir sie zurück verwandeln also nein das wusste ich nicht früher hat man 40 prozent verloren beim zurück wandeln das ist cool ich komme mal kurz ich muss fenster zu machen sonst habe ich 1437 millionen botten hier nicht lustig wenn die drin sind nicht das stimmt das ist ekelhaft botten sind nicht toll oder mutter 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 das heißt er putten mutt 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 Was ist das? ist du da er schreckt mich nicht wieder da er schreckt mich nicht dann komm mal kurz mit bevor wir weiter nach links gehen oder wir können wir können eigentlich zu mal ja hallo Ich glaube der ist in einem Lärmhaus gelandet Das war schon so Keine Ahnung warum das auf einmal so ist Hier du musst dem Ding bei dir noch einen Namen geben Glaube ich Ich habe einen hier hingestellt Einen Teleporter Das nenne ich Affen Öffchen Stimmt mir fehlt noch diese Blume hier Aber der Typ steht gerade doof im Weg Ich habe zwei Ach passt So Wollen wir zum Ark Oder wollen wir noch kurz laufen ein Stück Wir können auch hier nach noch laufen Wir haben ja jetzt einen Teleporter Ach ja stimmt Gut ich entleere mich aber erstmal Ja endlich Oder gehe ich gleich zum Ark Ich meine das ist ja dann eine Mission Also brauchen wir dann ja eh Ja Mission mache ich aber heute nicht mehr Weil in 20 Minuten du weißt Ja gut stimmt Dann habe ich keine Ruhe Aber ich gehe trotzdem zum Ark Ich hole mir die Mission schon mal so Ja das mache ich auch aber anfangen tue ich sie dann morgen Achso muss ich meine Sexflasche hinstellen Wann denn überhaupt? Ähm Bin morgen auf dem Markt Also am Vormittag sowieso gar geht nicht Gut ich kann maximal am Nachmittag Mal abends bin ich wieder weg Außer nachher ab 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 Drei Viertel elf Elf Ähm Und wann am Nachmittag? 13 Uhr Na das würde ich vielleicht schaffen Wenn ich hier pünktlich rauskomme Und ich nicht so viel kaufen muss Mein Problem ist echt Ich ähm Wegen kaufen Oh wir dürfen jetzt Ein Affen Stronghold Als Mission Ich spiel mich mal zu dir Mach das Ein Mining Stronghold Gibt es als nächstes Oh Du hast ja schon passend den Helm dazu Für das Stronghold Oh Aua Und den habe ich nämlich auch Was der von mir wollte Schön Mir fehlt ja noch das andere Was will er jetzt? Eine Flora-Statur Wir müssen alle Statuen so sammeln Irgendwie Aber habe ich die schon? Das weiß ich nicht Ich habe doch Flora-Statuen Also wenn ich überhaupt noch welche habe Das weiß ich nicht Ich habe keine Oder Doch ich habe Ne Ich habe eine Menschen-Statue Ich hatte doch so eine große Aber ich weiß nicht Ob die weg ist Durch das Verloren gegangen Oder nicht Kann sein Nee Ich habe es nicht mehr Mäh Ich muss mal meine Pixel jetzt einräumen Oder wegpacken Man Ich habe wieder so viele Pixe Ich habe nur noch 800 Ja 1000 Ja ich habe 3000 Grad ausgegeben Für den Teleporter Ja Gerade dass man die nicht in 500 Da machen kann True Jetzt habe ich 3000 Fixe Yay Kannst du einen Teleporter kaufen Das Ding ist Bei den ganzen Klamotten Die ich habe Wenn ich die alle verkaufe Bin ich wieder bei 20.000 Oha Ich habe so viele Sachen wieder Warte mal Ich habe Drohnen Die waren hier Leider habe ich jetzt Die Kugel mitgenommen Aber es hat noch gar kein Platz Naja egal Eine lila ne Hose Ein Pferdekopf Ein Pferdekopf In lila Einen gelben Kopf In lila Eine blaue Jacke Eine blaue Jacke Äh naja Ähm genau dafür Oha Meine Doppeltruhe Meine Truhe Mit dem ganzen Dingern Ist schon Fürerdig Eine Waffentruhe Film Wir haben ja heute auch schon Zwei Bosse Besiegt Also Zwei Bosse Und noch anderes Ja Wenn man es jetzt so nimmt Oder Na gut Eigentlich sogar drei Bosse Diesen komischen Roboter Wo du kurz davor Den Also den du nochmal besiegen musst Ja So Was haben wir denn jetzt So Unso viele Meta-Modulen Haben wir jetzt Sollte mal die Tech-Cards ausgeben Ah Du hast mir das Ding hierher gefeiert Ja hey Was hab ich denn jetzt Für kundig Geräusche In meinem Haus Ich wusste sein Das sind Affen Das sind Affen Lieder Das sind Affen Lieder Das sind Affen Lieder Wie denkst du sowas aus Alter Wie entwickelt das auf Genommen Das muss ich schon husten Oh ich hab drei Upgrade Module Wieder Juhu Was hab ich jetzt bekommen Noch ein Upgrade Module Von so Von der Belohnung Ich bin voll deiner Meinung Das ist doch lustig oder nicht Voll Ja Ich hab Affen Also ich wollte immer schon Affen haben Jetzt hast du Affen Musik Toll Ich bin Vollkommen begeistert Ja so soll's ja auch sein Ja So Was können wir hier einholen Das hat hier gar nichts zu suchen Und das hat auch nichts zu suchen Überall Ich hab's geschafft mit den Geräuschen Aber scheinbar ja nicht Aber scheinbar ja nicht Wieso Was machst du denn auch da? Ich mach das gar nicht Das machst doch du Nee das machst du Nein ich bin lieb Ich sortier hier gerade irgendwas ein Und irgendwas macht immer bei mir Du 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 ich Alter Ich habe irgendwo einen Affen gefehlen ja und er singt du 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 ach doch ich habe ja noch irgendwo im kopf gesehen hier ist noch was blaues hier ist noch was lila ne also wenn ich alles lila ne kriege ich ja fast tausend dafür Ich hab 5 was lila Yay, lila. Und dann blaue Sachen, tausend Stück. Boah. Ich bin echt heute, ich bin so müde, weiß gar nicht warum. Weiß ich auch nicht, dann hör dir noch ein bisschen. Ja, und dann schlafe ich gleich ein. Dabei kann man gar nicht schlafen. Nein, dann muss man lachen, da hast du recht. Wobei er vorhin auch andere Musik gespielt hat.